Möggelschlösschenweg, Inthaltestelle, bitte aussteigen. Terminus, please leave the bus here. Erwin-Bock-Straße, Krankenhaus Köpenick, Besuchereingang, Anemonenstraße, Salvador-Allende-Straße, Wendenschlossstraße, Amberg, Möggelheimer Straße, Wendenschlossstraße, Schlossplatz Köpenick, Kölnischer Platz, S-Bahn-Hoch-Spindlersfeld, Freistadter Weg, Friedlander Straße, Oberspreystraße, Bundeswehr, Ehrenlauchstraße, Bruno-Bürgel-Wieg, Schnellerstraße, Kölnische Straße, Rudower Straße, Schnellerstraße, Britzerstraße, Hasselwerder Straße, S-Bahn-Hoch-Schöneweide, Schnellerstraße 135, Karlshorster Straße, Markgraf-Brücke, Baumschulenstraße, Köpenicker Landstraße, Kölnischer Landstraße, Sportplatz, Eichbuschallee, Kölnischer Landstraße, Kölnischer Landstraße, Kölnischer Landstraße, Dammweg, S-Bahn-Hoch-Spindler, S-Bahnhof Plinterwald, Bulgarische Straße, Alt Treptow Sowjetisches Ehrenmal S-Bahnhof Treptower Park Elsenstraße S-Bahnhof Treptower Park Eichenstraße Pushkin Allee Heckmannufer Haburstraße Falkensteinstraße U-Bahnhof Schlesisches Tor Bitte beachten Sie die Unterbrechung der U-Bahn-Linien 1 und 3 Eisenbahnstraße Mannteufelstraße Köpenickerstraße Italien Damm Köpenickerstraße Adalbertstraße Michaelkirchstraße U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße U-Bahnhof Merkisches Museum Inhaltestelle Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren U-Bahnhof Merkisches Museum Inhaltestelle Bitte aussteigen Terminus Bitte aussteigen Sie den Bus hier Hier